Welfenambiente in Herzberg am Harz. Es ist der 8.02. Das Lokal hat heute eröffnet. Es ist strahlendes Wetter, sommerlich, die Sonne scheint. Einen besseren Start kann man wohl nicht hinlegen. Ich bin Janina. Ich bin der Sascha. Wir sind heute hier beim Welfenambiente zur Eröffnung. War wirklich super lecker, sehr zu empfehlen das Essen. Ganz ausgefallene Gerichte und die Bedienung ist auch super freundlich und nett. Ja, ich habe das Jägerschnitzel gegessen. Das kann ich nur empfehlen. War total super. Auch so die Dekorationen drumherum und die Pommes waren auch sehr lecker. Hallo, ich bin Jessi. Hallo, ich bin Lukas. Wir sind hier im Welfenambiente in Herzberg und haben mal probiert, wie das Essen und die Cocktails sind. Bei leckeren Cocktails und natürlich beim leckeren Essen. Total geil. Es war sehr schön, sehr tolles Ambiente, super Essen, tolle Bedienung, alles perfekt. Können wir nur weiterempfehlen. Ja, und das war nicht gespielt. So, ich bin der Volker aus Herzberg und ich bin hier im Welfenambiente. Und ich muss sagen, also mir hat es richtig gut geschmeckt. Das Essen war richtig lecker. Und ich will dazu sagen, ich bin auch Saarländer, daher auch die Sprache ein bisschen. Das hier ist die Nicole. Ja, also war super lecker, nettes Personal, tolles Ambiente einfach. Gibt es nichts auszusetzen. Also ich kann es jedem nur weiterempfehlen. Mal reinzugehen, mal zu schauen und dann mal die leckeren Cocktails auch probieren, die angeboten werden. Und vom Essen braucht man erst gar nicht zu reden, das ist wirklich lecker. Hallo, wir sind im Welfenambiente in Herzberg am Harz. Ein sehr schöner neuer Laden, schöne Einrichtung, super Essen, super Personal, wie immer super. Ja. Ja, herzlich willkommen im Welfenambiente. Heute war die Eröffnung und es war erfolgreich. Wir haben gut zu tun gehabt und die Gäste waren glücklich. Sie haben uns gelobt mit dem Essen und dem Service. Ja, und wir freuen uns einfach, Sie alle hier jetzt im Welfenambiente zu sehen, die Herzberger. Und natürlich auch andere Leute aus Osterode, Bad Lauterberg. Ja, ich freue mich und vielen, vielen Dank, die schon da waren.